Wer in diesen Tagen durch Ellwangen schlendert, wird in der historischen Innenstadt wunderschön geschmückte Weihnachtsbäume entdecken. Hunderte Kinder und Jugendliche der Ellwanger Kindergärten und Schulen haben am Freitagnachmittag die insgesamt 48 Weihnachtsbäume geschmückt. Die Kinder haben sich dabei viel Mühe gegeben und hatten begeistert Papierkerzen, Nikolausstiefel, Engel und andere Baumbehänge gebastelt. Der Schnee unterstrich die weihnachtliche Stimmung, die jetzt allmählich überall im Land zu spüren ist. Am zweiten Adventwochenende wird der Ellwanger Weihnachtsmarkt die Atmosphäre noch verstärken.